Hallihallo Hallöschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei ARK Survival Evolved mit dem Darky Priest an meiner Seite. Hallihallo! Und in meiner Wenigkeit dem Knusperkopf und ich muss den Timer starten, das sagt mir auch wieder keiner. Ähm, Moment, 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 starten, so. Ähm, wir haben gerade einen Gedankenwandel gehabt, wir haben nämlich nicht an diese Dinger gedacht. Ja. Und das versuch ich jetzt erstmal, oder? Ja. Ja, willst du mir nicht eben... Warte mal, bist du ganz rüber? Nee, ne? Fast. Hat nicht geklappt. Also müssen wir rüber schwimmen und dann hoch schießen. Weil dran denken, nicht an die Mauer schießen, sondern an die Decke. Ja, ja, ist mir schon klar. Das heißt, oder warte mal, ist hier vielleicht näher, wo ist denn hier? Hier ist näher, oder? Ja, kommst du nicht hin. Warte mal, da musst du die Decke drüber und dann bist du da oben. Und dann? Weißt du, warte, ich ziehe mir jetzt den Scuba-Tank an. Ja, ich auch. Ja, wenn wir sterben, sterben wir. Aber wir sollten gucken, dass immer nur einer stirbt. Aber dran denken... Ey, Geronimo! Und Fische, Fische? Ich weiß es nicht. Jetzt schieß gleich drüber, über die Dings. Du bist ja schon Hälfte. Ja, ich komm aber nie bis ran. Ich krieg auch grad nix an den Sack. Okay, ich komme. Geronimo! Wenn ich zurückkomme, ist aber... Das ist dunkel. Wah! Was war? Hier ist... Hier ist... Los! Was los? Ganz schön los! Alter! 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 Ich hab Angst! Ich hab hier unten bestimmt fünf Schlangen. Sechs Schlangen. Alter, fuck! Ja, geh doch drüber. Scheiße! Komm hier nicht hoch? Was ist denn los jetzt wieder? Äh? Boah, kacke! Ich find hier... Ich bin irgendwo ganz komisch. Du bist aber richtig. Ja, ich find das nicht. Na, da hoch! Ja. Pass auf. Ich hab hier... Siehst du mich? Ja, ich seh die Schlange. Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spinnen. Acht Spinnen. Warte mal, ich muss erst mal ein Chestpiece anziehen und nicht hier diese blöde Flack... Äh... Ich kann aber grad nix machen, weil wenn ich mich fallen lasse, bin ich weg. Ach, du hängst da drüber? Ja, ich häng da drüber. Die haben sich unter mir gesammelt. Oh, Crossbow, fünf. Ah, nee, jetzt sammelt sie sich bei mir. Im Wasser? Im Wasser. Ich... Ich hob genau zwischen die Spinnen, wenn die... Wenn ich die jetzt loslasse. Das ist ein Problem. Und ich kann ja jetzt die Waffe nicht wechseln. Jetzt laufen sie weg. Nein, die hat sich nur gedreht. Nee, zwei laufen grad weg. Oh, da hinten sind noch mehr Schlangen und Skorpionen. Boah, Skorpionse. Jede Menge. Die laufen grad weg. Also so ein paar davon zumindest. Ich lauf jetzt halt rückwärts in eine andere Höhle rein. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich seh dich nicht. Drei, 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 drei. Stech doch. Mann, nimm die drei jetzt. Ich kann dir nicht helfen. Ich hab ein Problem. Ich komm hier auch nicht mehr runter. Fuck. Noch ne Schlange. Und wenn ich mich irgendwo nochmal anders hinschieße? Wenn ich die alle ins Wasser lotse? Ne, ist auch kacke. Da komm ich ja auch nicht mehr weg. Ich hab ja nur noch einen Greifhaken. Bin, glaub ich, nicht so leicht. Aber eine Schlange ist down. Ich weiß vor allem nicht, wo du bist. Ja, ich steh hier hinten am Eingang noch. Alter, ist das kacke. Das ist jetzt echt doof. Ich bin grad echt am überlegen, was ich jetzt mache. Ich kann mich aber auch nirgendwo hochschießen. Zwei Schlangen sind down. Wo ist die denn? Ich wüsste, wo du bist. Und dann müsste ich noch meine Dings wechseln. Fuck. Scheiße. Pünkel grad ne Schlange. Ja, ich müsste halt, äh, äh... Die tot? Oder was macht die da? Ich weiß es nicht. Ich seh dich nicht. Aber ich muss jetzt was unternehmen, glaube ich. Ich müsste jetzt mich loslassen. Dann schnell ein Stück wegrennen. Weiß nicht, ob sie... Ah, die lebt ja noch! Ich hör kein Musik. Dies, Kerl! Dies, doch! Ah, drei Bisse. Vier Bisse. Okay, ist tot. Ich hab mich losgelassen. Alter Falter. Hier ist eine Spinne. So, ich bin mit am Start. Pass auf, da ist echt was los noch. Ah, ich hab jetzt grad... Vier Schlangen hab ich jetzt gemacht. Ja, ich komm mal zu dir. Boah, ich bin eingeschlafen. Hilfe! Spinne! Tot. Also die Spinne. Und noch mal ne Spinne, ich hör eine. Ja, bin dabei. Die greift dich an. Boah, die hat mich angegriffen, ja. Meine... Dings ist kaputt. Danke. Bitte, nie mehr lang. Nächste Spinne. Down. Ich rucke mich hier grad irgendwie zurecht. Uh, Leute. Oh, ich seh. Ich seh lichter. War deine... Am Ende des Tunnels. Deine Dings... Äh, deine Rüstung ist... Äh, deine Hotenrüstung ist kaputt. Ja, ja, ich seh das schon. Die, die, die Armbrust ist auf jeden Fall nicht so geil wie die Pieke, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider. Alter, was für ne Aktion, ey. Mein Dings geht gar nicht runter. Kannst du mir mal was geben? Geht sogar noch hoch? Äh, kann ich dir was geben? Volant? Oh. Besser. Viel besser. Das ging gerade noch hoch. Dankeschön. So, guck mal hier mal was. Sieh dir mal was an. Sieh dir mal was an. Ja, was denn? Du hast doch vorhin noch die Schettinrüstung gehabt, oder was? War doch Schettin. Ach, ne, Hose. Hose, Hose, Hose. Ja, erst mal hier oben jetzt so wegmachen hier. Ja, ich schien das so kacke dran, ich konnte nix machen. Es gibt ein Befens, hab ich noch. Seine Hände gauntless. Wenigstens ein Biscount. Äh, Schlange. Wo? Da. Achtung, hinter dir zwei Schlangen. Was? Hinter mir? Ja, hier, die Zweite. Ja, die Zweite. Vor mir, Junge. Ja. Das sind nie nur zwei Schlangen. Bis auf, rechts kommt gleich einer. Oder auch nie. Ich hab keine Ahnung, warum die wegrennen, aber ich hätte gerne erstmal die Weiße dauer. Ja. Alter, wie viele das sind. Boah, was ist denn hier los? Ja, die hingen alle vor. Ja, ich hab noch ein Rudel. Bist du? Ja, die hauen aber. Ja, das bringt's noch diese Taucherflasche ab, ne? Ach so. Achtung, die kommt jetzt, oder? Ich hab halt auch nicht unendlich. Hier drüben kommt nochmal eine rechts. Die Weiße. Ja. Ich nehm die Linke. Weiß Stück. Jetzt kommen sie alle. Komm zurück. Down. Eine down. Die Weiße. Ich nehm die Weiße, die kommt mir hinterher. Okay. Ich nehm die Spinne. Stich zu. Was hab ich denn schon wieder für eine Scheißspinne hier? Drei. Komm. Töten. Mann. Ey, ich hasse diese blöde Armbrust. Echt. Warte mal. Ich muss mir mal kurz ein Stimulant reinwerfen. Äh, Jus. Machst du denn? Worum stehst du denn da so? Aua, viel. Ich weiß, ich seh's. Ist tot. Okay. Okay, der Bleuspeer macht was. Ja. Das ist jetzt der Blau, den ich hab, ne? Alter, was ist denn das hier ohne Ziere für eine Höhle? Lange? Ich hab bloß immer Angst, dich zu treffen. Das ist das Problem. Das reicht's mir. Aber du betäubst ja nicht, ne? Ne, aber ich töte dich. Tüte, weil ich nix hab, ne? Ne, weil ich zu dolle zuschlage. Weil du ein Irr-O-Best. Ne, weil ich ja in Game Bud Spencer bin. Oh, ich bin umgefallen. Wo bist du denn? Hier oben. Äh, die Rampe hoch. Die Rampe hoch. Warum läufst du denn weg, wenn ich dort noch Schlangen töte? Warum tötest du Schlangen? Na, weil schon welche Waren? Ach, hier liest du. Ja, kannst du mir nochmal einen reinwerfen. Kannst du ja dann von mir wieder rausnehmen. Wie sieht mein Turbo aus? Gut. Ich hab, ich hab, äh... Der muss nicht voll sein, dass du umfällst, ne? Da waren nicht mal... Ne, ich weiß, ich weiß. Aber ich hab ja auch Fortitude ganz weit oben. Spinne. Ja, bei Fortitude. Fortitude 70 hab ich. Damn, Alter. Ich geh jetzt hier Bud Spencer-Style durch. Kommst du? Irgendwann muss die ja doch sein jetzt langsam. Das ist echt nicht groß. Ich dachte, wir hätten die schwerste Höhle schon gehabt. Hm. Oh, oh. Oh, oh. Bin und Schlangen. Äh, die solltest zurück. Saugst du so einfach? Down. Oh, fuck, jetzt hab ich dich getroffen. Down, 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 down. Bin nur halbtot. Oh, ist das okay. Äh, wie sieht mein Turbo aus? Ich seh's grad nie. Ach so, bloß ein bisschen. Müsste sich gleich wieder... So, die Frage ist jetzt hier lang? Ne, ich würd' erst mal hier höher gehen, oder? Ja, im Prinzip, ich kenn mich hier überhaupt nicht aus. Nicht, dass wir hier nie wieder rausfinden, aber... Wir werden hier nie wieder rausfinden. Geht's noch höher? Hier hoch? Geht's denn hier lang? Geht's runter? Hä? Ach, lol! Umlad, äh, umweg... Ah, nee! Da unten müsste gestorben. Ja. Ja, dann hoch. Soll man hier eben hoch? Da geht's raus. Hier geht's raus? Ja. Wir haben den ganzen Scheiß gemacht, den wir nicht tun müssen. So sieht's aus, sagt der Klaus. Klaus? Ja, alles. Hier unten ist ohne Party. Aber warte, da kann man fünf nehmen. Weit genug. Ja, die kommen ja nie... Die kommen ja nie hoch. Die Frage ist, was ich hier lange verlangt? Ja, die Schlangen schon, aber der Rest nicht. Und ich bin... Naja, weiß ich nicht. Ich geh mal einfach einen Schritt zurück und hoffe... Und warte mal... Die halt nichts mehr... Nö, so richtig... So richtig wollen die hier nie hoch. Dö, 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 dö. Oh, bewegt euch doch noch ein bisschen schneller, ihr Affen. Dö, 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 dö. Schieß. Hallo? Was los? Warum die Schlange auf einmal nicht mehr hochkommt, frage ich mich. Hä? Was macht es denn hier? Ey, da hätten wir Granaten mitnehmen. Ja, wir hätten so vieles machen können. So, das war es einmal mit der Armbrust. Bei dir, oder was? Ja, die ist down. Ich überlege gerade runter zu hüpfen. Wenn du oben bleibst? Bleib jetzt erstmal oben, ja. Aber den Skorpion sollte man vielleicht noch plätten. Ja, wäre lieb, wenn ich das mal kurz machen könnte. Weißt du, ich bin auch nur giftige Tiere, hast du das schon mal gesehen? Ja, in der Höhle, ne, klar. Machst du den Skorpion mal kurz? Wenn ich den finde? Ja, da ist er. Ich habe aber auch nur noch 10 Schuss, vielleicht Maximum, dann ist es weg. Ja, Schuss kann ich dir geben, aber meine Dings ist kaputt. Rede von der Armbrust. Ja, ja, rede ich von der Armbrust. Nein, ich habe Pfeile, habe ich noch 21. Achso. Warum schießt denn du daneben? Weil ich es nicht treffe. Stirbt es jetzt? Nö, warte mal, ich mach mal, ich mach mal 9. 6, äh, 68 geht eigentlich. So schlimm ist das gar nicht. Das ist gleich weg, noch zwei Schüsse oder so. Alter, so viele Spinnen, ey, boah, ekelts mich gleich. Das Skorpion ist eigentlich tot? Nein. Er zuckt noch und schreit, wenn du ihn triffst. Er blutet grün. Ja, er blutet noch mehr grün. Ja. Sieht gut aus. Oh, und das war's. Okay. Habe ich noch eine zweite? Warte, 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 warte. Ich habe da vorhin eine eingepackt. Ja, ich habe noch einen Krasse. Hast du den haben, oder? Ich habe es dann mal erledigt. Ach, du bist ja der unten noch mehr. Das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, wäre, dass die Pieke unter den Eimer geht. Also, ich habe noch zwei Stück einstecken. Zwei und die blaue. War es jetzt Pieke? Ja, nee. Mir wäre lieber, wenn ich jetzt in irgendeinem Viech einen Bogen oder sowas finden würde. Das wäre mir gerade lieber. Hier sind Pfeile drinnen. Ah, es ist Dimm-Berweis. Normalen Speer nehme ich jetzt auch mit. Ich habe jetzt drei Pieken. Okay, wie sieht mein Turbo aus? Hier Pieken, vier Pieken habe ich. Ich brauche bloß eine Gerade. Die ist auch noch ganz gut dabei. Ich muss mal kurz, warum habe ich hier so viel Scheiß einstecken? Drei Spinnen, drei Spinnen, drei Spinnen, drei Spinnen bei mir. Ich habe noch drei Pfeile. Ja, drei Spinnen, drei Pfeile, läuft auch. Ups. Deswegen solltest du nie mit reinrennen. Du bist gestorben, dank meiner Hand. Ja, doof, ne? Also, ich mache jetzt noch ein Bett. Ja, mach mal noch ein Bett. Ach, Höhlen sind immer so schön entspannt. Habe ich eigentlich in meiner Schachtel hier oben nicht irgendwie was Jazz-Peace? Ach, nee, alles kaputt, gut. Ach, meine Flaggrüstung habe ich hier oben noch. Schön. Ja, ich weiß ja, du liebst Höhlen, ne? Über alles. Ich bin ein richtiger Fan, also ich bin ein Fanboy. Ich hätte gerne mal eigentlich... Ich habe hier drin Artefakt of the Clever. In meiner Kiste. Das ist schön. Ach, haben wir die doch noch? Ja. Das ist gut. Aber ich glaube, das haben wir gerade schon mal geholt. Nein. Nein. Alter, was jetzt? Ach, ich klebe fest am Boden, deswegen zucke ich so komisch rum. Wir haben Artefakt... Artefakt of the Puck. Wir haben keine einzige Waffe mehr. Du hast doch hier deine Waffe liegen, komm doch jetzt einfach her. Und wie soll ich das machen? Du hast doch noch eine Mäh rumstehen, nie? Boah, du Kackskuppeln, Alter. Du hast mir gerade die komplette Rüstung zerteppert, oder was? Boah, ist das ein Mistvieh. Stopp du mal nicht, das wäre vielleicht geiler. Ach nee, bloß die Füße. Alles klar. Nee, sterben tue ich nie so schnell. Wie ich mal hier feststellen darf. Fortitude of 60 bin ich. Gut, Fetch, Fiber und Hight. Ich kann aber jetzt auch nie einfach nur hier da rumstehen, verstehst du? Ja, das ist schon alles gut. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß, jetzt sind wir wieder hier, da wo ich an dem Felsen hing. Aha, okay. Also, wir laufen echt nur im Kreis. Schauen wir mal kurz doch ins... Bett, was fehlt denn jetzt schon wieder? Fetch. Ach, Mann. Aufräumen ist ja schön und gut, aber irgendwie ist das auch eine elende Sucherei jedes Mal. Ja, hä? Wenn man was eilig hat. So, nochmal ein Bett. Ein Bett. Bauen. Ein Craft-Item. Ich brauche jetzt auch noch ein Dings, eine Foundation, ne? Theoretisch, ja. Gut. Ach, übrigens, falls ihr das nicht seht, wir haben umgestellt, ne? Wieder auf Englisch. Nee, das hat sich automatisch seit dem letzten Update wieder umgestellt. Warum auch immer, wenn es einmal auf Deutsch war, verstehe ich nicht, aber okay. Also, ich muss erst mal rausfinden, wie es wieder umzustellen. Ich habe es gefunden, das Artefakt. Schön. Ich hole es mir schon mal. Na gut. Ja, ist er. Da ist es dann, wenn es... So, ist haben wir überhaupt noch einen Flieger hier? Auf der Hand, ey. Was ist ein Flieger? Nee, die Mäh. Mäh. Oh, nee. Jetzt darf ich den Scheiß schon wieder suchen. Sag jetzt bitte, dass ich hier die Spiders dabei habe. Foundation und Bed. Ist doch ein Schrank, da steht Strukturen dran. Warum nimmst du denn da nicht einfach eine Foundation raus? Habe ich doch schon. Nee, nee, ich suche... Die Höhle, meine ich. Ach so, ja, such mal. Und ich habe 9 FPS. Bin zufrieden. Ist es okay. Ich suche gerade deine Leiche. Also, mal ganz ehrlich, an die lieben Entwickler. Mit eurem Regen, den könnt ihr euch wohin stecken, wo es bieb. Und dann könnt ihr euch bieb. Ne? Ja, biebt euch mal eine Runde. Deine bieb, 300 Kilo. 300 Kilo, Alter. Ah, da liest du. Mit einem Sperr in der Hand. Ach, bist du ein Toller. Deine Rüstung ist übrigens komplett im Arsch. Ja, weiß ich, ich habe eine Metal-Rüstung. Ach, nee, Brust, Brust ist noch, ist noch, äh... Kannst du mal anziehen? Schettinbrust ist noch komplett voll. Boah, reicht bloß Sperre, meine Sperre wieder. Ja, du hast noch einen Crossbow. Aha. Ja, habe ich doch gesagt. Ich habe einen Crossbow und drei Pfeile. Drei Pfeile, okay. Na gut. Ach, jetzt geht das mit dem Zuge. Ja, wir holen das jetzt eh bloß hier raus und dann... Das sind wir wahrscheinlich schon soweit, ne? Nee, nee, 18 Minuten sind wir jetzt. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann mal ein paar Kästchen auf meinem karierten Zettel hier ausmalen, zur Weile. Erzähl doch mal, was Lustiges aus deiner Jugend. Was? Meine Jugend war nie lustig. Hä? Nein. Ach, ich kann dich wieder anziehen, währenddessen du hier rumliegst. Lass mich nicht anzünden. Anziehen. Kann dich wieder anzünden. Auch geil. Ich kann dich anzünden, wenn du hier liegst. Ja, das ist auch schön. So, ja, nee, ist jetzt die Frage. Ich kann gerade nichts machen. Das ist das Problem. Ich bin doch schon vor der Höhle irgendwo hier. Ah, hier ist mein Lufttransport. Jetzt parke ich halt noch einen Vogel daneben. Alles gut. So, wie du wieder reinkommst, willst du? Und dann kannst du ja gleich oben, wenn du da runterkommst, dann nach links laufen. Da läuft ja diese komische Esko, äh, diese komischen Kringel da, diesen großen. Ja, ich habe jetzt halt keine Waffe, wenn irgendwas kommt, bin ich tot. Nö, da passiert nichts. Ich müsste jetzt gerade einen Umweg zurücklaufen, aber das... Soll ich mal zurückkommen? Soll ich dir entgegenkommen? Ich bin bei der Mäh jetzt. Ja, genau. Und dann läufst du, wenn du diesen Berg, wenn es sich nach links und rechts gab, dann läufst du nach links. Nie so wie vorhin, wo du das erste Mal gestorben bist, nach rechts, sondern nach links. Und dann müsstest du mich sogar bald sehen. Theoretisch. Also ich komme jetzt hier runter und jetzt will ich nach links. Richtig. Hier geht es nach rechts runter. Und nach links. Nach links. Und das ist erst nach links. Gelbe Diamanten sind hier. Naja, toll, die stehen hier überall rum. In der Mauer, wo ich nicht hochkomme. Band. Ich will jetzt mal den Namen irgendwo übersehen. Ja, siehst du ja, ne? Ja, nicht hier oben. Ja, hier oben unten liegt deine Leitsche. Ich gönne. Mal war es schneller. Aber jetzt habe ich halt alle Fögel. Diesmal war es schneller, ja. Ne, wir machen dann erstmal Heben und schaffen erstmal wieder alles nach Hause. Du nimmst dann deinen Affen mit dem Adler mit und ich nehme die Meter noch mit im Anhang. Ja, wenn ich den Affen mit dem Adler tragen kann, das weiß ich nicht. Na, hoffen wir es mal. Sonst muss ich mit dem zurücklaufen. Dann muss ich alle drei Vögel nehmen. Ich muss das Fleisch noch wegschmeißen und fertig. Aua. Hör bitte auf damit. Ich kriege aus dir Raw Meat raus. Hallo. Jetzt hör doch auf. Warum? Hey, muss es nicht sein? Jetzt hast du meine andere Rüstung auch wieder am Arsch gemacht. Ach so. Ich dachte, du hast Take-All gemacht, du Held. Hab ich? Naja, dann ist die Rüstung nicht kaputt. Ich habe schon eine angehabt, mein Freund. Du hast doch aber aus deiner Leiche gerade Take-All gemacht. Ja. Ja, da kann ich doch auf die Leiche einprügeln, oder nie? Du hast mich getroffen. Hä, ich habe auf deine Leiche eingeprügelt. Kannst du nachgucken dann? Glaube ich dir schon, aber du hast mich gerade getroffen. Ja, das ist ja doof. Ja, das ist mir schon klar. So, drei. Artefakt, Artefakt. Ich werde heute vom Arzt gefuckt. Was? Was? Tock, dock, 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 dock. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich... Hurra! Hurra! Du hast erwähnt? Nö, hast du nie. Bin ich strikt dagegen. Hab ich übrigens erwähnt, dass ich Höhlen liege? Jaja, total. Man merkt das auch an deiner Stimmung immer, wenn wir in Höhlen sind. Ist du total locker. Locker flockig. Locker entspannt und überhaupt quämisch. Total entspannt bist du dann. immer vor allem wenn du stirbst das juckt dich kein Stück finde ich echt klasse von dir da kommt ein bisschen ein bisschen mit Emotionen was mir auch dabei ist ein drittlich nach dem immer kurz ob sie die in Mitte und dann raus hier der Karte aber ich habe schon ein paar jetzt haben wir drei Artefakte Artefakt auf der Puck Artefakt auf der Hunter und Artefakt auf der Clever haben wir jetzt fehlen uns nur noch drei schön Obsidian mitnehmen brauchen wir mit was kannst du das mit deinem Vogel tragen bestimmt ja stehen zur Not kann ich es immer noch rausschmeißen in Witzbold und zwar so schnell respawn ein neues Artefakt kann ich das jetzt auch nehmen ja nach nach drei Sekunden oder so nein kannst du nicht nein kann ich nicht so kommst du jetzt ja Schatz wo bist du hinter dir stand ich gerade ach bisschen schwer ne ja Steine brauchst du nicht aber ganz ehrlich ich würde jetzt an deiner Stelle hier nicht barfuß rumrennen ich seh es nie grüne Füße auch geil ach ich hab keine aha ok naja Skorpion hat mir vorhin noch was zerballert ach ja jetzt sind wir wieder beim Artefakt was willst du ich will hoch ich will nach Hause hoch ich bin nicht so schnell wie du hausse ich mal mit dem Meer auch noch da kann ich auch noch ob sie den reinhauen äh hier ist falsch naja wenn du mir mal hinterher laufen würdest wüsstest du dass ich richtig laufe und du falsch so Typ Paula Paula bitte warte auf mich kannst du mich mal würde ich ja gerne aber du wartest ja nicht du bist eh schneller wie ich gerade ich piek dich ich pieks dich gleich das ist ein Idiot ich warte hier das ist ein Idiot schon wieder vorhin sowas kommt von sowas wärst du mal hinter mir geblieben ich hab hier drinnen ganz Affe töten töten Befehl töten gib mir mal die blaue Pieke wieder du brauchst die glaube ich nicht für meinen Affen mit deiner Mini-Dimage wie oft bist du das jetzt eigentlich schon hoch runter gelaufen das hier auch nicht so ich bin natürlich überladen war ja dran warte mal vorhin hat irgendeine Stimme im Hintergrund gefragt kannst du da ne das Ding ist das ich hab nicht dran gedacht dass das Viecher hier drinnen steht und die draußen steht mit bei der Mäh da hätte ich nämlich was in die Mäh mit reintun können verstehst du aber na gut was selbst mein Affe ist überladen der ist an sich schon selbst mit sich überladen alter was hab ich denn alles dabei um Himmels Willen ähm versuch mal ob du den jetzt hier ob du jetzt äh nehmen kannst trauen kannst du ach meine Gertraute ach meine süße Gertraute siehst du ich könnte ich könnte jetzt noch ein Artefakt auf der Hand holen ne weil ich kann ja eins ins Tier reintun ach so das war eigentlich übelst geil ne warum haben wir uns das nicht gemerkt warum haben wir wir sind ja blöd weil wenn ich so viele brauche eigentlich brauchen wir ja von jedem nur eins na no ne eigentlich drei weil es drei Gegner gibt du witzbold das heißt wir müssen die ganzen Höhlen nochmal machen bei Gelegenheit was waren die nicht krank ach so Monsieur ist hier voll ich dachte gerade ich hab doch gar nicht so viele ja Monsieur ist hier aber eben Monsieur äh drop all items accept blub er hat einen Sack gekackt Sackkack hier Sackkack hier so wo ist denn jetzt die Upper die Central die Cave die Northwest und die Northeast müssen wir noch machen da weiß ich sogar wo die sind und dann ist noch eine nie eingezeichnet da müsste ich nochmal nachgucken ach man du hast mich hier hoch welche das ist drehen bestimmt irgendwo links unten was hallo lässt du mich mal los wen hab ich hier was läuft denn bei dir falsch wie ist das mit Falschaden hier ich hab ne Pieke in der Hand ist dir bewusst oder wolltest du den Vogel noch behalten ah alles gut Junge bist du neben meinem Affen du Affe ich warte bis du den Affen versuchst hochzuheben damit ich gucken äh damit ich die die Mäh mitnehmen kann du kannst nie mitnehmen du kannst nie mitnehmen mann ich glaub doch jetzt nicht mit dem Affen hier durch die Gegend da musst du aber da muss ich deinen Adler noch mitnehmen da hab ich drei Vögel reicht mir eh nur schon im Kopf weißt du haben wir Vögeln was so na gut äh ich mach ich mach die Luftlinie und du machst den Rest und du darfst erstmal ne Abmodi machen weil das kann man auch ähm weil das ziemlich unspektakulär ist würde ich sagen wir sind bei 28 Minuten ist ist okay denke ich oder ja ist okay also gut während ich hier schon losrenne wie eine gesenkte Wildsau würde ich sagen danke für's Zusehen ich dachte wie eine Gazelle ja ich hab Beine wie ein Reh nicht so schlank aber so behaart ja ja äh oh ich häng hier nein okay jetzt mach ich gleich mal ne Abmodi hier okay jetzt geht's also danke fürs Zusehen meine lieben Freunde und bis zum nächsten Folge von Let's Play Ark Survival Evolved bitte im Knusperkopf jo und meine Wenigkeit dem Darky Priest also bis zum nächsten Mal danke fürs Zusehen und Tschüss 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 tschüss